Und ein Kick, ein Skrip-Kick bis an die 15-Jahr-Linie und der Returner wird zum Fall gebracht auf Höhe der 12-Jahr-Linie. Ein hervorragender Kick und ein Passspielzug durch die Spielgemeinschaft interceptet und Ballbesitz für Freiburg. Und ein Passspielzug, Matthias Amador kann den Ball anbringen. Ein sehr schöner Spielzug. So, und wieder ein Laufspielzug, diesmal etwas erfolgreicher, aber 16 Jahre ist nur ein Laufspiel zu sehen, auch der 50-Jahr-Lin, diesmal für die Spielgemeinschaft. Ein Passspielzug auf die linke Seite. Sehr schön gefangen, ein Cooker-Strain. Noch viel Platz. Und ganz knapp, ganz knapp bis zum Touchdown. Und jetzt ein QB-Sneak. Der Quarterback läuft direkt hinter der Offense-Fly. Also ein erneuter Versuch für einen Kick. Diesmal sieht es gut aus. Und der Picker mit der Nummer 40, Thomas Peckner, macht sich bereit. Diesmal ein hoher weiter Kick. Wieder ein sehr schöner Kick. Die Nummer 20 kann diesmal ausgehen. Aber schon früh wieder unter Bedrängnis kann. Über die 20-Jahr-Linie kommen. Und eine schöne Aktion der Nummer 20. So, und diesmal ein Passspielzug. Quarterback, die Nummer 23. Auch hier wieder mit einem kurzen Pass. Er kann an der 27-Jahr-Linie. So, und der Quarterback, Nummer 23. Läuft diesmal alleine. Er kann beinahe gestoppt werden. Er kann zwei Tänkern ausweichen. Und kommt an der 23-Jahr-Linie. So, vermutlich ein Passspielzug. Die 23 geht wieder selbst. Aber kann schon früh zu Fall gebracht werden. Aber kann sich wieder befreien bis knapp. Ein neuer Versuch zu erreichen. Gelingt ihm das nicht, bekommt Freiburg den Ball. Und dahinter ein QB-Sneak, wie wir schon von Freiburg gesehen haben. Und keine Flagge auf dem Feld. Touchdown, Spielgemeinschaft. Ravensburg, Donau-Eschingen. Die SGE versucht, einen weiteren Touchdown zu erzielen. Der wäre dann gut für zwei Punkte mit einem Reverse-Spielzug. Mit viel Platz über die linke Seite. Der Dreckspielzug gelingt. Auch hier ein flacher Kick. Schwer zu kontrollieren, aber gut gemacht von Sven Maurer. Und Richtung Ravensburg geht es. Direkt durch die Mitte. Ein schöner Return von etwa 20 Yards. Und ein Sweep über die linke Seite. Aber der Defense end. Und ein schöner Pass. Matthias Andor mit einem schnellen Pass. Und ein Running Back hinten. Vier Messie war. Zwei auf jeder Seite. Zwei auf jeder Seite. Und die... Die Defense der Spielgemeinschaft. Die Defense Line. Das heißt... Ein schöner höherer Pattern. Das heißt die Defense hat Zeit. Jawoll! Jawoll! Und 1st down Freiburg. So, und ein schöner Play-Action-Pass, ein weiterer Pass auf Sascha Plutz, der kann den Ball fangen und noch ein paar Jartsraum gewinnen. Ein sehr schöner Spielzug durch die Nummer 82. Und wie gesagt, Passspielzug, Matthias Amador kann sich befreien. Ein tiefer Pass auf die rechte Seite, auf Sven Mauer. Aber Sven hat wieder die Hände am Ball, kann ihn nicht ganz festhalten. Aber auf der 30-Jahr-League. Schnell aufgeführt, wieder ein Reverse-Spielzug, wo die Zephora schon die 2-Point-Conversion gemacht hat. Aber... War das der Erich? Also es war aber wieder ein Reverse-Spielzug. Nicht mal Passspielzug auf die rechte Seite. Auf die Nummer 81. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. So dass wir vermutlich wieder einen Passspielzug sehen. Ja, die Nummer 23 mit einem tiefen Pass. Und interceptet. Und ins Ausgedrängt. Aber der Versuch wird wiederholt. Das heißt, dritter Versuch, um 15 Jarts zu gehen. Oha! Und tatsächlich macht die defense punkte. Und ein Lauf oder Pass aufstellen können. Und ein schöner Fullback-Dive. Der Spieler, der normalerweise blockt, bekommt man gleich wieder ein Stepment abgeben. Und ein Passspielzug. Aber interceptet durch die 81. Samuel Müller. So, die 23 läuft nach rechts raus. Von dem Pass. Die Nummer 81 ist wide open. Für einen ersten Versuchen mehr. So, und wieder geht die Nummer 23 selbst. Und kann aber an der... So, dritter Versuch. Ach, der Arzt zu gehen. Von dem Boardback. Läuft wieder selber. Ruft noch einen Pass. Auf die linke Seite. Aber knapp inkommen. Das heißt, wir spielen den vierten Versuch. Sie liegen auch mit 12 Punkten hinten. Das heißt, der Quarterback läuft wieder selber. Und kann den First Down erreichen. Und das Mannschaftstreif auf jeden Fall zu punkten. Und wieder Passspielzug. Ein Screen Pass. Aber schön aufgepasst. Aber schön aufgepasst. Hardübe Spielgemeinschaft. Versucht es dennoch. Viertel Versuch und 20 Yards. Quarterback unter Druck. Versucht es selber. Kann aber ins Ausgedrängt werden. Und wieder Passspielzug. Auf die linke Seite. Schönen Pass. Und die Nummer 22 Yarduzerweit hat ein Riesenloch. Und ein schöner Black T-Pass auf die rechte Seite. Ein wunderbarer Catch. Und die Nummer 22 Yarduzerweit hat ein Riesenloch. Und die Nummer 22 Yarduzer hat ein Riesenloch. Und die Nummer 22 Yarduzer hat ein Riesenloch. Und die Nummer 22 Yarduzer hat ein Riesenloch. Untertitelung des ZDF, 2020